Ist höchstwahrscheinlich mit einer Traubeneiche mal gekreuzt worden, die Kreuzung ist dann gefunden. Das ist nicht vollkommen typisch, aber das ist Stiele. Ist sie jetzt resistent? Müsste. Müsste. Gut. Und wieso müssen wir jetzt Resistenzen bilden? Weil das Klima wärmer wird. Ja, praktisch. Wir haben 2150% weniger Wasser zur Verfügung in der Vegetationszeit. Das heißt, alle Pflanzen, die jetzt stehen, bekommen Stress. Stress. Und wie die durchhalten, das ist Fragezeichen. Physiologisch. Harten durch oder nicht. Das heißt, es müssen Bäume gepflanzt werden, die es gewohnt sind, trocken zu stehen. Jawohl. Und die sind nicht bei uns, sondern die sind von Osten. Die Herkünfte. Okay. Das bedeutet, wir haben viel zu tun. Ja, ja.